Gehören Sie auch zu den Menschen, die Ihr Geld meistens in Ihr Auto stecken? Oder die immer über Geldnot klagen, bei denen aber stets der allergrößte Flachbildschirm im Wohnzimmer flimmert? Dabei könnten Sie sich sogar noch bedeutend mehr leisten als einen simplen TV-Empfänger, wenn Sie vorher nur einen Bruchteil dieser Summe in Ihr mentales Tuning gesteckt hätten. Möchten Sie wissen, wie Sie Ihr gesamtes Leben radikal auf Erfolg umprogrammieren können? Dann lassen Sie sich helfen von meinem dreibändigen Kurs »Die drei Säulen des Erfolgs«. Lassen Sie sich inspirieren von echten Insider-Geheimnissen, die Sie in finanziellen Angelegenheiten ebenso weiterbringen wie in zwischenmenschlichen oder beruflichen Vorhaben. Dieser Kurs bietet Ihnen weitaus mehr als das, was Sie in den üblichen Erfolgsblabla-Büchern lesen können. Bringen Sie den totalen Erfolg in Ihr Leben. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Untertitelung des Erfolgsblabla-Büchernsaltes